Wie man eine Perle findet. Eine romantische Begegnung im Kupfstein des Jahres 2030. Die Parteifrei. Wie wird das Leben in der Festungsstadt im Jahre 2030 wohl sein? Welche ungeahnten Neuerungen könnte es geben? Wohin könnten sich einzelne Stadtteile und öffentliche Einrichtungen entwickeln? Die Parteifrei. Rund um Bürgermeister Martin Krummschnabel haben dazu einige Ideen. Dieses Buch erzählt von der romantischen Begegnung zweier Menschen, die im Sommer 2030 in Kupfstein aufeinandertreffen. Hautnah am Leben dieser beiden Verliebten erfahren wir, wie unsere Stadt in naher Zukunft aussehen könnte und in welche Richtung die Parteifrei in unserer Kupfstein gerne verändern würden. Bei alledem ist diese Erzählung weder als Parteiprogramm noch als Wahlversprechen zu sehen. Vielmehr geht es uns darum, in unterhaltsamer Weise den Blick in eine mögliche Zukunft zu öffnen. Vieles wird gewiss anders kommen. Und doch wäre es schön, wenn es gelänge, unsere Stadt so bunt und lebenswert zu machen, wie sie sich uns in dieser Erzählung darstellt. Vierter Tag Auch diesen Montag liefert der fahrende Bäcker seine Waren aus. Sandra hat in weiser Voraussicht noch am Vorabend per App ihre Bestellung für den heutigen Tag um einen Gassenhauer und zwei Croissants ergänzt. Während Günther noch tief und fest schläft, schleicht sie zur Tür, holt das Gebäck und beginnt den Frühstückstisch zu decken. Sie hat keine Avocados mehr, dafür aber ein paar hervorragende Eier, die sie von einem Bekannten bezieht, der für die Stadtgemeinde arbeitet und zu Hause einen kleinen Gnadenhof hat. Dort leben glückliche Hühner und viele andere Tiere, die dort entspannt ihre letzten Jahre verbringen können. Soll sie die Eier schon in die Pfanne hauen? Wie tief schläft Günther noch? Ein paar sanfte Worte und Berührungen bleiben ohne Reaktion. Da hat sich wohl jemand ziemlich verausgabt. Déjà vu, schon einmal hat sie vergebens versucht, ihn zu wecken. Sie denkt zurück an den Abend im Stadtpark, welcher schon viel weiter weg scheint, als er es tatsächlich ist. Noch ist Zeit und Wolfi blickt schon flehend zur Tür. Also lässt sie den Frühstückstisch noch eine Weile in halbgedecktem Zustand zurück und läuft eine Runde mit Wolfi den Waldrand entlang. Günther schläft immer noch, als sie nach 20 Minuten wiederkommt. Leise duscht sie und macht sich bereit für den Tag. Wolfi weiß, dass er die Croissants auf dem Tisch nicht anrühren darf. Er ist ein wohlerzogener Hund. Bald ist das Wohnzimmer erfüllt vom Duft von Tee und würzigen Spiegeleiern. Jetzt aber genug geschlafen. Sie lässt Wolfi ins Schlafzimmer. Der Hund lugt neugierig hinein. Er blickt den nicht mehr fremden Mann im Bett seines Frauchens und bellt ihn freundlich an. Günther wacht auf. Zuerst ist ihm nicht klar, wo er sich befindet. Etwas verschreckt blickt er auf Wolfi, der ihn mit großen Hundeaugen anblickt. Dann kommt die Erinnerung und ein breites Lächeln legt sich über Günthers Gesicht. Er ist bei Sandra. Träume sind wahr geworden. Alles ist gut und es duftet nach Frühstück. Nur Kaffee gibt es keinen. Unwichtig. Für den gestrigen Abend wäre er sogar gerne bereit, sein ganzes restliches Leben auf Kaffee zu verzichten. Es folgte ein stilles, harmonisches Frühstück mit freundlichen Worten und zärtlichen Gesten. Günther staunt darüber, wie vertraut und richtig sich all dies anfühlt. Als wäre er schon öfters hier gewesen. Als gehöre er hier hin. Bald muss Sandra los. In der Bibliothek wartet man schon auf sie. Sie vereinbaren ein Treffen am frühen Nachmittag. Da das Wetter auch heute wunderschön ist, bleibt es beim gestern schon besprochenen Vorhaben. Man möchte gemeinsam baden. Gern will sich Günther einen ihm noch unbekannten See zeigen lassen. Damit sie sich später auch ganz bestimmt finden, tauschen sie noch Nummern aus. Günther versorgt Willi mit Sandras Daten und hofft, dass er diese nie wieder aus dem Speicher seines elektronischen Begleiters löschen wird. Er küsst Sandra zum Abschied und sieht ihr nach, wie sie mit ihrem Rad um die Ecke biegt und in Richtung Ache verschwindet. Zwei Stunden vergehen, bis Günther die Wohnung verlässt. Er duscht, macht den Abwasch und verabschiedet sich schließlich nach ausgiebigen Streichleinheiten bei Wolfi, den er wohl auch schon am Nachmittag wiedersehen wird. Dann spaziert er beschwingten Schrittes los. Etwas später sitzt Günther auf einer Bank am Waldrand beim Stadtteil Weissach und blickt Gedanken verloren hinab über eine Wiese auf alte und neue Gebäude, hinter denen die Burg in die Höhe ragt. So viel ist in den letzten Tagen passiert. Es ist schwer, all diese im Geiste zu ordnen und zu verarbeiten. Wie weiter? Was nun? Der Pfad am Rand der Stadt scheint beliebt zu sein. Menschen kommen und gehen und er sieht ihnen dabei zu. Jogger joggen. Frauen und Männer schieben Kinderwägen vorüber. Manche der Kinder lachen, andere schlafen, nur wenige schreien. Pärchen kommen Hand in Hand an ihm vorbeispaziert. Männer und Frauen, Männer und Männer. Frauen und Frauen. Längst ist nichts Eigenartiges mehr im Anblick gleichgeschlechtlicher Paare. Was in entlegeneren Alpentälern auch heute noch Überwindung kosten mag, ist hier längst alltäglich geworden. Kufstein ist viel toleranter und weltoffener, als Günther es bei seiner Ankunft vermutet hatte. Viele Menschen, die an Günther vorübergehen, sind allein unterwegs. Auch viele Ältere. Das erinnert ihn an einen Artikel, den er neulich gelesen hat. Wie war das noch gleich? Er bittet Willi zu Hilfe und dieser findet prompt den Artikel, den er meinte. Tatsächlich. Schon im Jahr 2020 lebten ein Drittel aller ÖsterreicherInnen über 65 Jahren allein. Heute sind es schon 45 Prozent. Erstaunlich. Es gibt immer mehr Singles in der Welt und ein wesentlicher Teil von ihnen ist im fortgeschrittenen Alter. Das ist nicht nur in Österreich so, sondern in ganz Europa. Das Phänomen der Alterseinsamkeit ist in den letzten Jahren sehr rege diskutiert worden. Viele Gesellschaften haben mit dem Problem zu tun, dass ihre betagteren Mitglieder zwar körperlich noch sehr gesund, doch sozial zunehmend isoliert sind. Wie man wohl in Kufstein darauf reagiert? Christiana, Kruimi zu Erna sitzen, fragt plötzlich eine Stimme und reißt Günther aus seinen Gedanken. Vor ihm steht eine Dame mit Spazierstock. Was hat sie gefragt? Er hat kein Wort verstanden. Als die Frau das merkt, wiederholt sie ihre Frage auf Hochdeutsch. Gerne macht er Platz. Bald kommen die beiden ins Gespräch. Und Günther bekommt die unverhoffte Gelegenheit, mehr über Alterseinsamkeit in Kufstein zu erfahren. Die Dame erzählt ihm, dass sie schon immer hier gelebt hat. Vor 30 Jahren schon. Sobald die Kinder aus dem Haus waren, hat sie sich von ihrem Mann scheiden lassen. Die Chemie hat einfach nie gestimmt. Ihr Sohn lebt inzwischen in Spanien, die Tochter in Kanada. Nur ein oder zweimal im Jahr bekommt sie ihre Enkelkinder zu sehen. Aber fühlen sie sich nicht sehr einsam hier? fragt Günther nach einer Weile. Einsam? entgegnet die Dame in Verwunderung. Aber wie kommen sie denn darauf, junger Mann? Naja, sie haben doch hier niemanden. Das muss doch sehr langweilig sein. Amüsiert schüttelt die alte Kufsteinerin den Kopf. Dann beginnt sie zu erzählen, wie eine typische Woche in ihrem Leben aussieht. Am Montag sei sie stets den ganzen frühen Vormittag in einem Gasthaus mit der Kartenrunde beim Watten. Das sei stets ein Riesenspaß. Am Montagabend habe sie dann Probe beim Singkreis, so der Name des städtischen Chors. Danach trinke man gern noch ein Gläschen. Dienstag passe sie stets auf die Kinder einer Nachbarin auf. Sie lebe nämlich in einem Mehrgenerationenhaus, wie es sie in Kufstein immer mehr gebe. Junge Familien, ältere Leute und Singles können einander oft helfen. Man muss nicht verwandt mit jemandem sein, um die Oma zu spielen. Es mache der Dame viel Freude, mit den Nachbarskindern Siedler von Katan zu spielen oder gar via Spielkonsole zu zocken. Hin und wieder lese sie ihnen auch etwas vor. Die Eltern seien sehr dankbar für die kostenlose Betreuung. Auch ihrem Nachbar, an diesem recht tollpatschigen Studenten, habe sie schon manch hilfreiche Lektion erteilt. In einer Welt, da die Verwandtschaften spärlicher würden oder sich über den Globus verteilten, seien Nachbarschaften eben wieder viel wichtiger geworden. Am Mittwochvormittag besuche die Dame stets den Kufsteiner Frauentreff, wo es immer wieder spannende Vorträge und manchmal auch Ausflüge gäbe. Über die Generationen hinweg helfe man sich in schwierigen Lebenssituationen und gebe sich Halt. Mittwochabends treffe man sich öfters auf der Burg, im Vereinsheim der Korsacher, des altehrwürdigen Trachtenvereins in Kufstein. Zwar können die Dame nicht mehr so tanzen wie früher, doch sie sei dafür zuständig, die alten schönen Trachten des Vereines zu pflegen und zu erhalten. Am Donnerstag verbringe sie meist viele Stunden beim Krippenverein, wo sie Jahr für Jahr wieder eine prachtvolle Krippe baue und zu Weihnachten eine ärmere Familie damit beschenke. Freitags besuche sie abends meist eine der vielen Veranstaltungen in der Stadt, wo sie stets viele Bekannte treffe. Samstags verabrede sie sich mit ihren vielen Freundinnen und Freunden zum Turnen. Bei Schönwetter gehe man in den neuen Seniorinnenpark in Sparchen, wo es viele Trainingsgeräte speziell fürs fortgeschrittene Alter gäbe. Bei Schlechtwetter mache man dasselbe eben in einem Fitnesscenter, das speziell auf ältere Menschen ausgerichtet ist. Danach gibt es dort hervorragenden Kuchen. Und am Sonntag schließlich sei die alte Dame froh, endlich einmal ihre Ruhe zu haben. Und dann kommen sie daher, junger Mann, und fragen mich, ob mir langweilig wäre. Ganz im Gegenteil, ich hätte gerne mehr Zeit. Dann könnte ich vielleicht auch noch zum Stadttheater gehen und da ein bisschen mit den Kostümen helfen. Aber, wissen Sie, die proben so unregelmäßig. Das würde mir meinen ganzen Wochenplan durcheinander werfen. So, genug gerastet. Und mit diesen Worten verabschiedet sich die alte Dame und lässt Günther staunend auf seiner Bank am Waldrand zurück. Er hat bisher nicht begriffen, wie wichtig Vereine für das soziale Gefüge einer Gesellschaft sind. Ob beim Kegeln, beim Singen, beim Kartenspielen oder beim Trachtentanz. Überall finden die Menschen Halt, Trost und Freude. Die alte Dame hat ihm dies gerade eindrucksvoll demonstriert. Auch die Konzepte der Mehrgenerationenhäuser und des Seniorinnenparks klingen überzeugend. Von der Kufsteiner Sozialpolitik können sich andere Städte wahrlich ein paar Details abschauen. Sandra hat Schwierigkeiten, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Zahlreiche Dinge gehen schief. Sie platziert einen falschen Link auf der Bibliotheks-Homepage, sendet dann eine E-Mail an den Falschen der drei Bernhards in ihren Kontakten und knallt schließlich noch mit der Stirn gegen eine Glastür. Doch all diese Missgeschicke vermögen nicht, ihr die gute Laune zu trüben und das eigenartige Lächeln aus ihrem Gesicht zu wischen. Schließlich bemerkt sie, dass Robert, der mit ihr in der Bibliothek arbeitet, sie schon eine Weile lang amüsiert betrachtet. »Ist was?« fragt sie. »Das möchte ich doch dich fragen,« meint er. »Wieso?« »Na, weil du heute wie ausgewechselt bist.« »Blödsinn. Ich bin genauso wie immer.« Robert muss lachen und Sandra erkennt, dass er ihr das wohl nicht glaubt. »Da muss ich mich aber sehr täuschen,« meint Robert. »Denn mir kommt es so vor, dass ich die sonst so konzentrierte und ernst reinschauende Sandra plötzlich in eine ziemlich zerstreute, gelöst lächelnde Sandra verwandelt hat. »Vielleicht freue ich mich eben über das gute Wetter,« kontert Sandra, ja, dass alles ein bisschen peinlich ist. »Sie hat nicht gedacht, dass sie so schlecht darin ist, ihre Gefühle zu verbergen. Schließlich ist sie doch Hobbyschauspielerin. Doch Robert liest ihn hier wie in einem offenen Buch. Und wie so oft lässt er nun den Hobbypsychologen raushängen. »Ich denke, dass da gerade ganz ungewöhnliche Dinge in deinem Kopf passieren. Dein Serotonin und wohl auch dein Oxytocin-Spiegel liegen ganz klar weit über dem Normalbereich. Er mag sein, wegen dem schönen Wetter.« Wieder lacht Robert und schüttelt den Kopf. »Nun komm schon. Verkauf mich nicht für blöd.« »Wie heißt er?« Da kommt sie wohl ohne Geständnis nicht wieder heraus. »Aber vielleicht hört es ganz gut, davon zu erzählen.« »Günter heißt er,« sagt sie. Und dann erzählt sie Robert von der ganzen Romanze. Dieser hört lächelnd zu und freut sich für sie. »Und wie geht es jetzt weiter mit euch beiden?«, möchte er wissen. Sie weiß es nicht. Der Gedanke, dass Günter morgen abreisen wird, beginnt an ihrer Hochstimmung zu nagen. Sie möchte diesen Gedanken nicht denken müssen. Sie möchte sich einfach nur auf den heutigen Nachmittag freuen und ihn in vollen Zügen genießen. Gerade als Robert noch etwas dazu sagen möchte, kommt eine Gruppe junger Leute an den Bibliotheksschalter. Sie müssen bedient werden. Es gilt, Abos zu verlängern und Auskunft über verschiedene Literatursparten zu geben. Robert kümmert sich darum und Sandra versucht wieder, sich auf die Arbeit am Computer zu konzentrieren. Ihr Lächeln ist nicht mehr ganz so strahlend, wie es vorhin war. In Gedanken an Sandra wandert Günter auf einem schmalen Pfad über eine Wiese. Er hat den Waldrand bei Weisseich hinter sich gelassen und sich spontan dazu entschlossen, auf die gläsene Riedelpyramide zuzugehen, die ihm verheißungsvoll entgegenleuchtet. Bald ist er dort. Er hat Glück. Eben beginnt eine Führung durch das Werk. So lernt er viel über die Geschichte des stolzen Unternehmens, das weltweit bekannt für seine genussoptimierten Weingläser ist. Es ist so bekannt, dass in der Welt der Romane sogar Hannibal Lecter, der kultivierte Graf Dracula des 20. Jahrhunderts, wie ihn ein berühmter Schriftsteller inz nannte, seinen Wein am liebsten aus Riedelgläsern trinkt. Fasziniert blickt Günter auf die Schauglasöfen hinab. Als er wenig später wieder ins Freie tritt, macht ihn Willi auf eine weitere Attraktion aufmerksam. Gleich hinter dem Riedelgelände, am Rande der Gartenstadt und direkt neben dem kleinen Hallenbad befindet sich Kufsteins neuer botanischer Garten, der aus drei großen Gewächshäusern und mehreren Freibeten besteht. Auf einigen Beeten und in einem der Glashäuser darf Urban Gardening praktiziert werden. Die BewohnerInnen der Stadt dürfen hier anbauen, was sie möchten. Eine entsprechende Farbmarkierung zeigt bei manchen Pflanzen an, dass auch andere gerne von den reifen Früchten pflücken und das Gemüse ernten dürfen. Man baut nicht nur für sich selbst an, man teilt auch. Günter kann nicht widerstehen und probiert eine der frühreifen Pflaumen, die violett in der Sonne leuchten. Als er hineinbeißt, rinnt ihm der süße Saft über die Mundwinkel hinab. Er hat Mühe, nicht sein Hemd anzukleckern. Doch der Geschmack ist hervorragend. So eine gute, frische Pflaume hat er zum letzten Mal wohl in Italien gekostet. Im größten der drei Gewächshäuser bestaunt Günter noch einige eher exotische Pflanzen. Auch ein paar seltene Schmetterlinge haben hier ein schönes Leben. Günter erstarrt, als sich plötzlich ein besonders schöner Falter auf seiner Schulter niederlässt. Wenn nur Sandra hier wäre, das würde ihr bestimmt gefallen. Vielleicht gelingt es ihm ja, mit Willi ein Foto von sich und dem schönen Flügelwesen zu schießen. Unsicher sucht er den richtigen Winkel für einen Schnappschuss. Da kommt hinter üppigen Fahnen plötzlich ein junger Mensch. Günter ist sich nicht sicher, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, zum Vorschein und fragt Günter, ob er ein Foto von ihm schießen soll. Behutsam, ohne den Schmetterling zu verjagen, wird Willi von Hand zu Hand weitergereicht. Da setzt sich plötzlich noch ein zweiter Schmetterling der gleichen Art, direkt neben den ersten. Günter lacht fröhlich, während der junge Mensch, der aufgrund der Kleidung und der in der Schürze steckenden Gartenwerkzeuge wohl hier arbeiten muss, drei schöne Bilder von ihm und den Flügelwesen schießt. Günter bedankt sich und fragt, ob sein Gegenüber denn hier arbeite. Ja, aber nur im Sommer. Ist ein famoser Ferialjob. Du gehst also noch zur Schule? Klar, bin doch erst 16. Ich gehe ins Gymnasium. Später will ich Bio studieren. Wie heißt du? Kim. Günter lacht leicht in sich hinein. Er hat gehofft, dass der Name ihm vielleicht Aufschluss darüber gibt, ob er hier mit einem Jungen oder einem Mädchen spricht. Aber dieser Name kann seines Wissens nach sowohl männlich wie auch weiblich sein. Aber was soll's. Es ist dir im Grunde völlig egal. Wohnst du in Kufstein? fragt er Kim. Und als die Antwort positiv ausfällt, beschließt er die Gelegenheit zu nutzen, um noch ein bisschen mehr über diese Stadt, in der seine Sandra lebt, zu erfahren. Mit einer alten Einwohnerin hat er sich ja schon vorhin unterhalten. Nun ist die Jugend dran. Und wie sich gleich herausstellt, hat er dafür genau die richtige Person gefunden. Denn Kim ist nicht nur jemand, der das Gymnasium besucht und im Sommer im Botanischen Garten jobbt. Weit mehr. Wie ihm die junge Person nun auf einer Bank zwischen den Schmetterlingen und Fahrenden sitzend erzählt, ist sie auch Mitglied des Kufsteiner Jugendgemeinderates. Darüber möchte Günter gern mehr erfahren. So erzählt ihm Kim nun also von der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, welche fordere, dass Kinder und Jugendliche das Recht haben sollen, mit ihren Anliegen und Ideen in ihrer Gemeinde gehört zu werden und mitzubestimmen. In diesem Sinne habe die Stadt Kufstein schon 2016, also vor fast 15 Jahren, beschlossen, dieses Recht mit einer Reihe von Initiativen zu verwirklichen. Kim erzählt weiter von den verschiedenen Aufgaben der Jugendkonferenz, der Jugendredaktion, des Jugendforums und eben auch des Jugendgemeinderates. Im Rat bin ich selbst aktives Mitglied, sagt Kim. Aber was heißt das jetzt genau, will Günter wissen. Könnt ihr denn wirklich etwas bewegen? Habt ihr denn ein Budget oder ein Stimmrecht? Beides, antwortet Kim und erklärt ihm, dass der Jugendgemeinderat jährlich über die Verwendung von bis zu 15.000 Euro für selbst erdachte Projekte bestimmen könne. Zwar müssen diese noch vom Stadtrat abgesegnet werden, dies sei aber meist nur eine Formalität. Eine direkte Stimme im Gemeinderat habe die Jugend zwar nicht, jedoch sei es üblich, dass die für die Jugend zuständige Referentin sich bei relevanten Entscheidungen stets mit dem Jugendgemeinderat berate und dann auch in dessen Sinne entscheide. Zumindest habe dies in den letzten zehn Jahren immer bestens funktioniert. Man könne also sehr wohl etwas bewegen. Anfangs haben nur wenige Jugendliche mitmachen wollen, aber das hat sich längst geändert. In allen Schulen der Stadt, auch im Lehrlingszentrum und im Jugendzentrum, wisse man vom Jugendgemeinderat und nutze ihn, um wichtige Anliegen und Interessen vorzubringen und umzusetzen. Günther bekundet Respekt für dieses durchdachte System. Die beiden unterhalten sich noch ein bisschen über Farne, für die sich Kim besonders interessiert. Dass Farne 200 Millionen Jahre älter sind als alle Laubbäume, dass die meisten Farne giftig oder ungenießbar sind, dass es aber auch einige kulinarisch sehr bekömmliche Sorten gibt, die man in Südostasien auf vielen Speiseplänen findet, all das hat Günther nicht gewusst. Kim erzählt es ihm in reger Begeisterung und enthüllt ihm den Plan, später einmal nach den ältesten Farnen zu forschen. In der Zwischenzeit genießt Kim die schöne Situation, im Sommer als Ferialjob schon einmal Farne zu hüten. Der junge Mensch nimmt seine Gartenwerkzeuge wieder auf und verschwindet wieder im Grünen. Günther blickt ihm verwundert nach, lässt sich dann von Willi die Fotos mit den Schmetterlingen zeigen und schickt eines davon an Sandras Nummer. »Ich freue mich auf später«, schreibt er darunter. Dann geht er eilig wieder ins Freie, da ihm die feuchte Luft des Gewächshauses ein bisschen zu schaffen macht und ihm den Schweiß in die Achselhöhlen treibt. Kamala vibriert Sandra tastet nach ihrer elektronischen Begleiterin, die sie auf den Vornamen der amtierenden US-Präsidentin getauft hat. Als sie sieht, dass es kein anderer als Günther ist, der ihr eine Nachricht geschickt hat, beschleunigt sich ihr Puls deutlich. Schmetterlinge schwirren im Bauch. Schnell fragt sie die Nachricht ab. Ein Bild. Günther steht vor dichtem Grün. Und was ist das auf seiner Schulter? Schmetterlinge. Ein wunderbares Bild. Sie verknüpft es gleich mit seinen Kontaktdaten. Von nun an wird Kamala ja immer gleich dieses Bild zeigen, sobald Günther anruft oder eine Nachricht schickt. Er ist also in den Botanischen Garten gegangen. Gute Entscheidung. Ich freue mich auf später, hat er geschrieben. Ja, auch sie freut sich auf später. Will denn dieser Vormittag niemals enden? Normalerweise verfliegt die Zeit im Büro doch regelrecht. Heute zieht sie sich in die Länge. Es ist erst halb elf. Doch zumindest steht ihr nun eine angenehme Tätigkeit bevor. Zusammen mit dem Tourismusverband wird die Stadtbibliothek schon bald einen neuen Bildband zu den Naturschätzen des Kaisertals herausbringen. Sandra ist Co-Projektleiterin. Gemeinsam mit ihren KollegInnen hat sie in den letzten Monaten viel Zeit damit verbracht, Kaisertal-Fotos von Professionellen und auch von HobbyfotografInnen zu sichten und die besten davon für den Bildband auszuwählen. Lokale PoetInnen wurden gebeten, zu den ausgewählten Bildern literarisch hochwertige Vier- oder Sechszeiler zu verfassen. Sandras Aufgabe in diesem Vormittag ist es nun, eine Vorauswahl unter den eingereichten Gedichten zu treffen. Die besten davon, jene, die mit ihren Zeilen die Schönheit der Natur und ihre Bedeutung für den Menschen am besten auszudrücken vermögen, schaffen es gemeinsam mit den dazugehörigen Bildern in den hochwertigen Band. Diese Arbeit sagt Sandra sehr zu. Beim Betrachten der Bilder und beim Lesen der Poesie verspürt sie Lust, so bald wie möglich wieder einmal ins Kaisertal zu wandern. Sie kennt es in- und auswendig und erinnert sich nur gut daran, wie sie sich vor nun schon 14 Jahren riesig gefreut hat, als das Kaisertal zum schönsten Ort Österreichs gewählt wurde. Viel ist seither passiert. Im Jahr 2020 hat der Gemeinderat die Weichen dafür gestellt, den Forstbetrieb im Kaisertal auf ein Minimum zu reduzieren. Eine aus ökologischer Sicht wichtige Entscheidung. Seither ist viel für die Pflege und Wiederherstellung eines gesunden Mischwalds in diesem einzigartigen Ökosystem getan worden. Wäre da nicht die Klimaerwärmung, ginge es dem Kaisertal heute wohl besser denn je. Anteil daran hat auch die bewusst gewollte Reduktion der BesucherInnenströme. Als nach der Corona-Krise die Grenzen endlich wieder geöffnet haben, ist der Ansturm auf die Berge Tirols mancherorts so groß geworden, dass es negative Folgen für Umwelt und auch für die Urlaubsqualität hatte. Für das Kaisertal gilt daher seit ein paar Jahren, dass man sich online für einen Besuch registrieren muss. So wie für einen Besuch in Venedig oder am Grand Canyon halt auch. So kann man sicher gehen, dass nicht zu viele Menschen auf einmal die Wege verstopfen und den Naturgenuss für alles schmälern. Für in Kufstein lebende Menschen gibt es allerdings eine Sonderregel. Die dürfen immerhin. All das hat das Kaisertal wieder zu einem wunderbar beschaulichen Ort gemacht, wo Natur geschützt und Erholung gesichert ist. An all dies denkt Sandra nun, als sie die gereimten Zeilen sortiert und die Bilder dazu betrachtet. Zu einem Foto, auf dem das Wasser der Eliasquelle wunderschön im Nebel glitzert, hat jemand die folgenden Zeilen geschrieben. Kristallen ist nass aus tiefstem Stein. Schon bald wirst du in Bechen sein und schließlich dann in Meere fließen. Doch noch lässt du hier Pflanzen sprießen, leckst funkelnd dich auf Fels und Rinde, damit ein Wanderer dran Freude finde. Nicht schlecht, ein bisschen holprig vielleicht. Die letzte Zeile hat zwei Silben zu viel. Sollt sie sich für dieses Gedicht entscheiden oder doch für die etwas experimentellere Lyrik einer Konkurrentin? Das ergibt zwar nicht viel Sinn, hat aber einen schönen Rhythmus und vermag zum Schmunzeln anzuregen. Langweiliger ist jedenfalls der erste Vorschlag. Für welches der beiden Gedichte soll sie sich entscheiden? Sie lässt es offen und gibt beiden die gleiche Punktezahl. Sollen die beim Tourismusverband sich darüber den Kopf zerbrechen? Zufrieden erhebt sich Sandra aus ihrem Bürosessel und tritt für ein paar Augenblicke an eines der großen Glasfenster im ersten Stock der Bibliothek. Von hier aus kann sie den Stadtpark und die Wipfel der Bäume darin gut überblicken. Das tut sie oft, besonders der Vögel wegen. Es ist erstaunlich, wie viele schöne Flügelwesen Jahr aus Jahr ein durch den Stadtpark schweben. Spatzen, Meisen, Finken, Krähen, Elstern, sogar einen Kleiber hat sie hier schon entdeckt. Im Winter kommen die Dohlen in großen Schwärmen vom Kaisergebirge herab und lassen sich auf der Burg, aber auch im Stadtpark nieder. Am häufigsten sind natürlich die Tauben, deren großer Schwarm stets irgendwo über den Dächern der Stadt zu erblicken ist. Vor allem im Stadtpark sind die Taubengarn. Besonders nett ist es, im Frühling die Balzrufe der aufgeplusterten Täuber zu hören und dabei zuzusehen, wie sie die Täubinnen in schönen Tänzen umgarnen und ihr Federkleid farbig schimmern lassen. Nach erfolgreicher Partnersuche bleiben sich Täubinnen und Täuber in lebenslanger Monogamie verbunden. Gerade hat sich ein großer Taubenschwarm im Gras des Parks niedergelassen. Lange dauert es meist nicht, bis sie wieder gemeinsam aufflattern und sich in die Lüfte erheben. Das bringt Sandra auf die Idee für ein gewagtes Selfie. Sie läuft kurz nach unten, tritt ins Freie und positioniert sich im Gras, sodass hinter ihr viele Tauben sind. In der Hoffnung, den richtigen Moment zu erwischen, hält sie sich Kamala im Selfie-Mode vor ihren Körper. Eben in diesem Moment kommt ein kleiner Junge vom Spielplatz gelaufen und brüllt den Tauben ein paar fröhliche Worte zu. Diesen ist das nicht ganz geheuer. Sie flattern auf und flitzen knapp über Sandras Kopf hinweg. Genau im richtigen Moment drückt sie ab. Ist es gut geworden? Ja, über ihr zeigt das Bild zehn Tauben, teils farbig schillernd, teils aus Silhouetten vor dem hellblauen Himmel. Schön. Bevor sie noch an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt ist, hat sie das Bild schon an Günther geschickt. Ich mich auch. Vergiss die Badehose nicht, schreibt sie darunter und fügt noch einen breit grinsenden Smiley dazu. Dann widmet sie sich den Bücherlisten für die nächsten Monate. Als Willi vibriert, steht Günther eben in seinem Hotelzimmer und starrt missmutig seinen Koffer an. Wird er diesen Morgen früh tatsächlich schon wieder packen? Wird er wirklich in einen Zug steigen müssen? Ja. Es führt leider kein Weg daran vorbei. Pflichten rufen ihn. Er kann nicht bleiben, so sehr er sich dies auch wünschen würde. Wie einsam dieses Hotelzimmer auf ihn wirkt. Wie wenig er sich doch hier heimisch fühlt. Ganz anders als in Sandras Wohnung. Willis Vibration reißt ihn aus seinen Gedanken. Er sieht das Display und sein Herz schlägt zugleich schneller. Eine Nachricht von ihr. Günther blickt auf Sandras strahlendes Gesicht. Was ist denn das über ihrem Kopf? Vögel, viele. Sind das Tauben? Er hat Tauben nie besonders gemocht. Aber auf diesem Foto sind auch sie schön. Vor allem, weil sie Sandra so lächeln lassen. Oder lächelt sie viel mehr wegen ihm. Sie wirkt auf diesem Bild so viel glücklicher und entspannter als damals im Stadtpark. Oder damals nach dem Musical auf der Burg. Günther kann sich gar nicht satt sehen. Schon lange nicht hat er so lange auf ein Bild gestarrt. Dabei übersieht er fast die Nachricht, die unterhalb steht. Vergiss die Badehose nicht. Stimmt, die Badehose. Sie wollen ja zu einem See. Aber er hat doch keine Badehose dabei. Wieso denn auch? Es war beim Packen überhaupt nicht absehbar, dass er in Kufsteiner eine Badehose brauchen würde. Aber was nun? Willi, wo kaufe ich hier eine Badehose? Fragte er seinen elektronischen Begleiter. Dieser lotste ihn prompt zu einem Kleiderladen in der Kaiserbergstraße. Gewiss könnte Günther zu einer der großen Ketten in einem der Einkaufszentren gehen. Aber ein kleiner Laden ist ihm lieber. Und davon gibt es in Kufstein genug. Es ist erstaunlich, wie viele kleine, liebevoll gestaltete Läden es in Kufsteins Zentrum gibt. Von der Kingstraße bis zur Kaiserbergstraße reihen sich viele Kleingewerbe, die Waren aller Art, aber auch traditionelles und modernes Handwerk in ansprechenden Kombinationen anbieten. Ein Bummel entlang der vielen Schaufenster lohnt sich sehr. Vor allem in der autofreien Kingstraße und Hans-Reich-Straße, wo die kreativen Läden besonders zahlreich sind. Dazwischen findet sich auch manch innovatives Start-up. Auch dafür sind die Voraussetzungen in Kufstein anscheinend sehr günstig. Willi lotst ihn in eine kleine, doch feine Boutique, wo Günther dezent geniert nach einer Badehose fragt. Das Modell, das ihm am besten gefällt, ist zwar ein wenig eng, aber dafür zugleich ein schönes Souvenir, sind doch die Umrisse des wilden Kaisers darauf eingesteckt. Günther ist zufrieden. Nach dem Kauf schlendert er noch eine Weile die Straßen Kufsteins entlang. Viel erkennt er inzwischen schon. Zufällig führt ihn sein Weg auf den schönen Friedhof. Er steigt hinauf zum Kalvarienberg, der ihm eine sagenhafte Aussicht auf Festung und Pendling zeigt. Eine Weile sitzt er dort im Gras und sieht ihn ab auf die Stadt, die ihn wie keine andere auf seinen Reisen in ihren Bann gezogen hat. Seine Blicke schweifen über die Perle Tirols, in welche er eine noch viel schönere Perle gefunden hat. An einer Ansammlung von Bäumen erkennt er den Stadtpark. Daneben ist die Bibliothek. Da drin ist Sandra wohl jetzt gerade. Oder ist sie schon nach Hause gefahren, um Wolfi zu holen? Wie spät ist es eigentlich? Günther lässt sich von Willi die Uhrzeit nennen und erschreckt. Schon eins. Er hat die Zeit übersehen. In einer halben Stunde muss er doch bereits in Zell sein. Günther rennt den Kalvarienberg hinab. Dabei stolpert er über ein paar Wurzeln und kommt beinahe zu Sturz. Vorbei an einer Kapelle erreicht er die Kienbergstraße und folgt geeilig nach Westen, bis er wieder den oberen Stadtplatz erreicht. Außer Atem kommt er in seinem Hotel in der Römerhofgasse an und bittet keuchend um seinen Zimmerschlüssel. Der Portier reicht ihm diesen mit amüsierter, hobener Augenbraue. Im Zimmer wirft Günther rasch die eben gekaufte Badehose und ein Handtuch in eine kleine Tasche. Da der Tag schon sehr heiß ist, schlüpft er auch noch in eine kurze Hose und sein kariertes Poloshirt. Und schon läuft er wieder am lächelnden Portier vorbei, quert die Brücke über den Fluss und erreicht gerade noch rechtzeitig die Mitte des überdachten Bahnhofsteges, wo er tief atmend stehen bleibt. Sandra ist noch nirgendwo zu sehen. Jetzt erst merkt Günther, dass er Willi im Hotelzimmer hat liegen lassen. Endlich ist es halb zwölf. Sandra lässt im Büro alles stehen und liegen, springt auf ihr Fahrrad und flitzt zurück nach Enddach. Wolfi begrüßt sie ungeduldig. Wieso ist denn die Küche so sauber? Günther hat doch tatsächlich aufgeräumt. Sogar das Geschirr hat er gewaschen. Der Mann schafft es doch echt, mit jeder Stunde noch begehrenswerter zu werden. Sandra freut sich auf einen Nachmittag am See. Es wird harrlich werden. Gutes Wetter, beste Gesellschaft. Auch Wolfi freut sich. Chopin pfeifend wirft Sandra alles, was sie brauchen könnte, in ihren kleinen Rucksack. Nur das große Badehandtuch passt nicht hinein. Das wird sie eben tragen. Gerade als sie aufbrechen will, vibriert Kamala. Sie freut sich schon auf eine Nachricht von Günther. Sie sieht dann aber gleich mit leichter Enttäuschung, dass es nur Hugo ist, der Schreiberling aus Langkampfen, den sie vor drei Tagen im Café Amarabiatur getroffen hat, um die Details für seine Lesung zu besprechen. Was will der denn jetzt? Sie hebt ab und versucht zugleich, ihn auch später zu vertrösten, aber es will ihr nicht gelingen. Hugo hat noch ein paar Änderungswünsche für seine Lesung. Er sprudelt los und lässt sich nicht unterbrechen. Sandra ist um gute Zusammenarbeit bemüht, hört aufmerksam zu und macht sich ein paar Notizen. Endlich kann sie auflegen. Nun ist es schon zwei Minuten nach halb zwei. Ärgerlich. Sie hätte es gar nicht abheben sollen. Rasch schickt sie Günther eine Chatnachricht und teilt ihm mit, dass er sich leider noch ein paar Minuten gedulden müsse. Dann schwingt sie sich aufs Fahrrad und fährt los. Wolfi läuft dann alleine fröhlich neben mir her. Sie kreuzt die Hauptstraße nach Unterenddach und braust die Einfangstraße hinab bis zum Steg, auf dem sie den Inn kreuzt. Dann fährt sie auf der Promenade in Richtung Bahnhof. Ob Günther sie schon erwartet? Hoffentlich hat er ihre Nachricht bekommen. Hoffentlich ist er nicht enttäuscht. Sie könnte schneller radeln, aber dann würde Wolfi nicht mehr mithalten können. Plötzlich, auf Höhe der Wendlingerbrücke, tritt ja jemand in den Weg und winkt mit großen Gesten. Sandra muss bremsen. Es ist Leonie. Sie hätte sie zuerst fast nicht erkannt. Mit quietschenden Bremsen kommt ihr Fahrrad zum Stehen. Leonie, mit der sie vor zwei Tagen noch so erfolgreich Volleyball gespielt hat, beginnt zugleich vom Triathlon zu erzählen. Davon, dass sie es leider nicht in die Top 100 geschafft habe, schuld daran sei aber nicht ihre mangelnde Fitness, sondern einzig und allein ihr vorderer Fahrradreifen, dem mitten auf der Strecke in der Nähe von Flinsbach plötzlich die Luft ausgegangen sei. Bis dahin sei sie super bei dem Besseren mit dabei gewesen. Zum Glück war ein netter Flinsbacher zugegen, der in Windeseile das Rad wieder renntauglich gemacht habe. Bei der Laufstrecke am Schluss sei sie dann wieder bei den schnellsten gewesen, aber die Gesamtzeit habe leider so sehr unter der Panne gelitten. Aber all das sei nicht so schlimm, denn dafür habe sie den netten Flinsbacher kennengelernt und treffe sich morgen auf ein Date mit ihm. Hier endlich gelingt es, Sandra ihre alte Freundin zu unterbrechen. Ich bin selbst auf dem Weg zu einem Date und muss jetzt dringend los, sagt sie. Das war ein Fehler, denn nun möchte Leonie natürlich mehr wissen. Wer er ist, wie er heißt, wie er aussieht. Sandra gibt kurze Antworten, schickt schnell noch eine zweite Textnachricht an Günther mit dem Inhalt, dass sie nun wirklich gleich da sei und radelt los. Wolfi springt hinterher. Viel Spaß euch dreien, ruft ihnen Leonie nach. Ach, aber Sandra hört sie schon nicht mehr. Wolfi hört sie schon, aber er versteht sie nicht. Er weiß nicht, wohin sein Frauken mit dem will und warum sie so aufgeregt ist, aber er hofft, dass sie den Mann wieder treffen wird, der gestern und heute Morgen so nett mit ihm war. Zug um Zug rollt unter ihm vorüber. Regionalzüge, Fernverkehrszüge, Güterzüge, einzelne Loks. Günther steht am Steg und blickt hinab auf die Gleise. Ohne seinen elektronischen Begleiter fühlt er sich unvollständig. Wäre da nicht der Kirchturm von St. Martin, er wüsste nicht einmal, wie spät es ist. Auf jeden Fall ist es schon zehn Minuten nach halb und Sandra ist immer noch nicht hier. Ist hier etwas zugestoßen? Wartet er an der falschen Stelle? Nein, es gibt den Kuffstein schließlich nur einen Steg, der über die Gleise führt, und auf eben diesem steht er hier. Also muss hier doch etwas passiert sein. Vielleicht hat sie ihm längst eine Nachricht geschickt. Günther kämpft mit sich. Soll er zurück ins Hotel laufen und Willi holen? Aber was, wenn sie inzwischen käme? Dann könnte sie meinen, dass er sich nicht an Verabredungen halte. Zu dumm. Warum hat er Willi auch liegen lassen? Wieder fährt ein futuristischer Fernreisezug unter ihm hindurch und verschwindet hinter der Krümmung des Zellerbergs. Günther kommt plötzlich der Gedanke, dass dies schon das dritte Mal in vier Tagen ist, dass er in wachsender Unruhe auf Sandra wartet. Am Weinfest damals war er nur leicht enttäuscht. Nach dem Musical auf der Burg war die Anspannung schon größer. Nun allerdings macht er sich große Sorgen. Mit jedem Mal, der auf Sandra warten muss und nicht weiß, was los ist, fühlt es sich schlimmer an. Warum? Vielleicht, weil er sie mit jedem Mal noch mehr mag. Weil ihm ihr Wohlbefinden und das Wissen, dass es ihr gut geht, mit jedem Tag näher am Herzen liegt. Die Zeiger der Kirchturmuhr rücken weiter vor. In zehn Minuten ist es schon zwei Uhr nachmittags. Man kommt doch nicht grundlos zwanzig Minuten zu spät. Es muss ihr etwas zugestoßen sein. Ein Fahrradunfall? Oder ist vielleicht etwas mit Wolfi? Vielleicht geht es ihrem Vater schlecht? Ach, hätte er doch nur Willi bei sich. Bestimmt hat sie ihm schon eine Nachricht geschrieben. Günther wendet sich von den Gleisen ab und steigt traurig die Treppe hinab. Sandra wechselt von der Innenpromenade auf die Karl-Kraft-Straße und erreicht zugleich den Aufgang zum Steg. Wolfi folgt wenige Schritte hinter ihr. Da sie mit dem Fahrrad hier ist, nimmt sie nicht die Stufen, sondern ruft den Lift. Gemächlich schieben sich die breiten Aufzugtüren auseinander. Hoffentlich wird Günther oben noch auf sie warten. Sie macht sich Sorgen, weil er auf ihre Textnachrichten nicht geantwortet hat. Als die Türen des Liftes sich wieder ineinander schieben, scheint Wolfi plötzlich etwas zu wittern. Er hebt lauschend und schnüffelnd den Kopf. Bevor Sandra ihn noch aufhalten kann, schlüpft er zwischen den sich schließenden Türen nach draußen, wo er um die Ecke schießt und sich fröhlich bellend auf Günther stürzt, da eben die letzten Stufen herabsteigt. Auch Sandra entsteigt nun dem Lift und fällt dem Mann in die Arme. Was für ein Glück! Wäre Wolfi nicht gewesen, sie hätten sich verpasst. Günther wäre zurück ins Hotel gerannt. Sandra hätte besorgt am Steg gewartet und nicht gewusst, was los wäre. Doch dank Wolfi ist nun alles gut. Sie haben sich einmal mehr gefunden. Schnell sind alle Verspätungen aufgeklärt. Schnell ist alles verstanden und verziehen. Gemeinsam schlendern sie Hand in Hand über den Steg. Und Wolfi läuft begeistert hinterher. Willst du noch eine Kleinigkeit essen, bevor wir zum See gehen? fragt Sandra, als sie das Zellerende des Stegs erreichen. Noch vor zwei Minuten hat Günther nicht den leisesten Anflug von Hunger verspürt. Doch nun, da alle Sorgen sich verflüchtigt haben, merkt er, dass das Frühstück doch schon eine Weile her ist und er große Lust auf ein spätes Mittagessen hat. Ich weiß da ein gutes Plätzchen, sagt Sandra. Und bevor er es noch erwartet hätte, zieht sie ihn plötzlich nach rechts durch eine Tür. Keltische Klänge erfüllen die Luft. Dunkles Holz und viel charakteristische Dekoration bedecken die Wände. Hinter einem großen Tresen erblickt Günther die Zapfhähne weltbekannter Biere. Ein Irish Pub, sagt er erstaunt. Hier gibt's die besten Toasts der Stadt, sagt Sandra und zieht Günther in die hintere Stube, wo sie ganz allein auf einen kleinen, runden Tisch für zwei Platz nehmen. Doch ein Fenster hindurch sieht man die Festung aufragen. Draußen ist heißer, heller Tag. Hier drinnen herrscht schöner, kühler Schatten. Der Kellner scheint Sandra gut zu kennen. Sie bestellt ein Guinness und fragt nach den Toasts der Woche. Der Kellner nennt drei zur Jahreszeit passende Toastvarianten, von denen Günther noch nie gehört hat. Sie nehmen einen Teller mit allen drei Toasts. Da er persönlich mehr beim Ale als beim Stout zu Hause ist, bestellt sich Günther ein Kilkenny. Wolfi bekommt einen Napf mit Wasser. Schon bald stoßen die beiden an und fühlen sich wie in Irland. Sandra erzählt ihm von den vielen Bars der Stadt. Den Stollen und das Irish Pub hat er ja nun schon selbst kennengelernt. Aber da gibt es noch mindestens 20 andere, jedes mit eigenem Motto und eigenen Spezialitäten. Mit Restaurants und Cafés verhält es sich ebenso. Die großen Ketten sind weniger geworden. Kleine, unkonventionelle Lokale befreuen sich in der Gastronomie stets größerer Beliebtheit. Das Irish Pub in Cell gibt es schon seit vielen Jahren. Sandra sagt, dass sie schon als Schülerin auf denselben Stühlen saß wie jetzt eben. Es ist schön, wenn viel sich verändert. Es ist auch schön, wenn manches einfach gleich bleibt. Auch die Toasts sind seit Jahrzehnten unverändert gut und jeden Monat neu zusammengestellt. Im Winter gibt es hier etwa Mandarinen- und Kastanientoast. Auch Spargel oder ganz spezielle Käsesorten finden zwischen den Brotscheiben im Irish Pub Platz. Nach kurzer, herrlich kühler, sättigender Pause treten die beiden mit Wolfi wieder ins Freie. Eine schöne Wanderung nimmt ihren Lauf. Sie queren die Autobahn durch eine kunstvoll bemalte Unterführung und erreichen den Weiler Morsbach. Kühe grasen friedlich am Ufer eines sprudelnden Baches, in dem kleine Fische munter flussaufwärts springen. Die Bällen schweben über der Wasseroberfläche. Wolfi jagt begeistert einem Schmetterling nach, der sich aber nicht erwischen lässt. Am Waldrand passieren die beiden das Heim der Tierberger Schützen. Sandra erzählt Günther von der langen Tradition der Tiroler Schützen. Sie erklärte ihm den Unterschied zwischen der eher traditionsorientierten Schützenkompanie und der mehr auf Sport fokussierten Schützengilde. Nun gäbe es in Kufstein aber sogar zwei unterschiedliche Schützenkompanien, die man nicht verwechseln sollte. Die Tierberger Schützenkompanie ist die kleinere von beiden. Das Schützenheim der Schützenkompanie Kufstein am Kienberg ist um einiges größer. Hast du denn selbst einmal geschossen? fragt Günther. Sandra schaut ihn verwundert an. Aber sicher, jedes Jahr ist die Belegschaft der Bibliothek beim Betriebs- und Vereinsschießen mit dabei. Wir haben sogar einmal den dritten Platz geschafft, vor allem dank mir. Außerdem gibt es auch bei der ein oder anderen runden Geburtstagsfeier hin und wieder ein Scheibenschießen. Günther hört ehrfurchtsvoll zu. Mit einem Gewehr in der Hand hatte sich Sandra noch nie vorgestellt. Sie betreten den Wald und passieren einen kleinen Stausee. Wolfi genießt es rechts und links des Weges, die Sträucher zu erkunden und neugierig in Erdlöchern zu schnuppern. Weit kommt er aufgrund der Leine freilich nicht. Nach ein paar Minuten Wegstrecke im romantischen Wald erreichen sie den Klettergarten Morsbach. Günther blickt staunend auf die mutigen Sportkletternden, die hier teils gesichert, teils ungesichert in der Felswand hängen. Zwei davon, die eben im Begriff sind, in die Wand einzusteigen, scheinen Sandra zu kennen. Sie rufen ihr zu. Man tritt näher und stellt einander vor. Noah und Brian heißen die zwei. Anscheinend hat Sandra vor zwei Tagen mit ihnen ein Volleyball-Match gewonnen. Günther will höflich sein und stellt ein paar Fragen zur Kletterwand. 45 verschiedene Routen gibt es hier. Sie tragen zum Teil so kuriose Namen, dass Günther lachen muss. Er erzählt von seiner Begegnung mit der Klettergruppe auf der Burg. Noah und Brian nicken wissend. Da sind sie auch schon mehrfach hochgeklettert. Ein paar Minuten später sind Sandra, Günther und Wolfi schon wieder auf dem Weg. In steilen Serpentinen geht es einen schmalen Pfad hinauf durch Wald und Fels. Sie kreuzen noch einen kleinen Bach und da liegt er schon vor ihnen, der idyllische Pfrillsee, der nur zu Fuß erreichbar ist. Sandra breitet ihr großes Badehandtuch am Waldboden hinter den zwei Bänken am Seeufer aus. Wolfi darf ihr nicht ins Wasser, also bindet sie die Leine an einem Baum fest. Das lässt ihm genügend Radius, um die Bäume ringsum zu erkunden und im Laub des Vorjahres zu graben. Es amüsiert Sandra dabei zuzusehen, wie sich Günther etwas verschämt hinter seinem viel zu kleinem Handtuch versteckt, in seine Badehose zwängt. Sie selbst streift sich einfach die Kleider, die sie über ihrem Bikini trägt, vom Leib und stürzt sich ohne zu zögern in die angenehme Kühle des Sees. Nun komm schon, ruft sie Günther zu, dem das Wasser etwas zu kalt zu sein scheint. Schritt um Schritt kommt er nur sehr langsam voran. Seine Badehose mit den Umrissen des wilden Kaisers darauf gefällt ihr gut. Als er es schon bis zum Bauchnabel geschafft hat, schwimmt Sandra auf ihn zu, küsst ihn und zieht ihn ins tiefere Wasser. Beide verschwinden sie unter der Oberfläche und tauchen lachend wieder auf. Die nächsten eineinhalb Stunden sind wunderschön. Sie schwimmen durch den ganzen See, sehen zu, wie kleine Fische im flachen Wasser an ihren Füßen knabbern. Einmal sehen sie sogar einen kleinen Krebs über den Sand am Grund des Sees eilen. Später liegen sie gemeinsam auf Sandras großem Handtuch und lassen sich von der Sonne trocknen. Ein paar Enten landen im See und schwimmen laut schnatternd an ihnen vorüber. Wolfi sieht gebannt zu. Dann legt er sich wieder in den Schatten seines Busches und lässt sich von Sandra am Bauch kraulen, während Günther wiederum Sandra den Rücken massiert. Schön ist es hier, sagt er. Und sie reden noch einmal über den Zustand der Welt, über die Hoffnung, dass das Schöne erhalten bleibt und dass es doch irgendwie gelingen möge, allen Menschen einen gewissen Wohlstand zu ermöglichen, ohne dabei die Natur zu zerstören. Als Sandra und Günther später Hand in Hand ins Tal wandern, spricht keiner von beiden ein Wort. Sie sind tief in Gedanken. Der Schatten des morgigen Abschieds legt eine bittersüße Melancholie über die Freuden des Nachmittags. Der heutige Abend wird noch ihnen gehören und den wollen sie sich von nichts verderben lassen. Am Waldrand verabschieden sie sich für ein paar Stunden. Sandra holt ihr Rad und fährt zurück nach Enddach, um Wolfi heimzubringen. Günther macht noch einen Abstecher zur idyllischen Maistaller Lacke. Später zieht er sich kurz in sein Hotel zurück, wo Willi seit Stunden schon auf ihn wartet. Günther hat seinen elektronischen Begleiter gar nicht vermisst, zumindest nicht seit dem Moment, der Sandra endlich gefunden hat. Um 18 Uhr treffen sie sich ein weiteres Mal im Stadtpark. Sandra hat ihm den Besuch einer ungewöhnlichen Veranstaltung versprochen. Er ist gespannt, was dies wohl sein wird. Zu seiner Überraschung betreten sie das Bibliotheksgebäude und fahren mit dem Lift hinauf in den vierten Stock. Etwa 20 Menschen sind bereits hier. Es ist eine bunte Mischung aller Altersschichten. Alle scheinen sie Sandra zu kennen. Auch ihn begrüßen sie freundlich. Warum trifft man sich hier? Ist dies eine Lesung? Nein. Bald begreift Günther, dass es sich um etwas ganz anderes handelt. Diese Menschen sind hier, um Geschichte zu leben. Vor zehn Jahren brachte Kufstein eine Buchreihe zur Stadtgeschichte im 20. Jahrhundert heraus. Ein Teil des damaligen Projektes waren die vielen Erzählcafés. Zusammenkünfte, an denen sich Zeitzeugen gemeinsam an verschiedene Ereignisse aus ihrem Leben erinnern. Etwa den Einmarsch der Amerikaner bei Kriegsende, die Jugendkultur der 70er Jahre und vieles mehr. In Protokollen hat man das Erzählte gesammelt und an die AutorInnen der Geschichtsbuchreihe sowie ans Stadtarchiv weitergereicht. Das Konzept hat so gut funktioniert, dass sich viele Menschen eine Wiederaufnahme wünschten. So fährt man heute also fort, in Kufstein vierteljährlich zu einem Erzählcafé zu laden, stets mit anderem Schwerpunktthema. Moderner ist man auch geworden. Auf vier Tischen sind 360-Grad-Kameras installiert. Obwohl nur 20 Menschen hier sind, verfolgen etwa viermal so viele die Veranstaltung via Stream. Es ist eine tolle Sache, die die Stadtgemeinde gemeinsam mit der Bibliothek hier aufgezogen hat. Kufstein zur Zeit der Jahrtausendwende ist das Thema des heutigen Abends. Gemeinsam erinnert man sich daran zurück, wie es denn war, als die 90er in Kufstein zu Ende gingen und eine neue Ära begann. Welche Hoffnung setzte man in das neue Jahrtausend? Was dachte man über die diversen Weltuntergangstheorien, die damals so weit verbreitet waren? Gespannt lauscht Günther den Geschichten der Menschen und erzählte auch von eigenen Erfahrungen. Es werden auch Bilder von großen Feuerwerken über der Burg gezeigt. Schön, dass man dafür mit der alljährlichen Lichtshow einen guten, tier- und klimafreundlichen Ersatz gefunden hat. Nach zwei Stunden lebhaften Zuhörens, Erzählens und Nachfragens geht die Veranstaltung zu Ende. Sandra und Günther verabschieden sich und sitzen wenig später in einem der schönen Restaurants am unteren Stadtplatz. Das Ambiente ist malerisch. Wolkenberge glühen rot in der Sonnenuntergangsstimmung. Die Pizza, die Sie sich nach dem Antipasti-Teller noch teilen, schmeckt hervorragend. Anschließend gibt es noch Tiramisu und einen Krapper. Wehmut macht sich breit. Dies ist Ihr letzter Abend. Zumindest vorläufig. Wann werden Sie sich das nächste Mal begegnen? Es wird Zeit, Pläne zu schmieden. Anschließend ziehen Sie sich noch auf eine schöne Stunde in Günthers Hotelzimmer zurück. Der Nachtportier schmunzelt vertrauensvoll, als er die beiden vorübergehen sieht. Der Herr scheint seinen Aufenthalt zu genießen und wird wohl hoffentlich eine gute Bewertung verfassen. Spätnachts radelt sie nach Hause. Diesmal ist es gewiss nicht der Wind, der schuld an ihren Tränen ist. Schön sind die vergangenen Stunden wieder gewesen. In der Zeit, die sie mit Günther verbringt, scheinen ihr die Farben der Welt so viel kräftiger. Alle Sinnesreize gewinnen in Intensität. Und nun? Sie hat Angst, dass all dies der Vergangenheit angehören könnte. Gewiss, er hat gesagt, dass er bald wiederkommt, doch wird er das wirklich? Sie haben auch schon einen Termin für einen Videocall verabredet. Hoffentlich einen ersten von vielen. Doch können Lautsprecher Stimmen und Bildschirmbilder denn Nähe und Berührung ersetzen? Nein, gewiss nicht. Sie hofft so sehr, dass sie sich nicht verlieren werden. Als sie ihre Wohnung erreicht, begrüßt Wolfi sie freudig. Doch etwas ist anders. Er blickt an ihr vorbei, schaut nach, ob hinter ihr noch jemand ist. Als der Hund merkt, dass sie allein ist, blickt er sie irgendwie vorwurfsvoll an. Oder bildet sie sich das nur ein? Sie setzt sich aufs Sofa und hört die Platte von Chopin. Der nächste Morgen bringt graues Regenwetter mit sich. Missmutig verlässt Günther das Hotel und quert die Brücke zum Bahnhof. Sandra kann ihn nicht begleiten. In der Bibliothek gibt es heute viel zu tun. Selten ist ihm eine Abreise so schwer gefallen. Selten hat er sich so auf eine Wiederkehr gefreut. Es wird ein bisschen dauern. Doch er ist guter Dinge, dass es gelingen wird. Und bis dahin, man lebt schließlich im 21. Jahrhundert. Er wird in den nächsten Monaten wohl viel Zeit mit Videochats verbringen und zumindest digital einen Hauch von Kufstein einfangen. Der Zug nach Norden fährt ein. Der Reisende findet einen Platz am Fenster und blickt, solange es ihm noch möglich ist, zurück auf die Burg und die Gebäude der schönen Festungsstadt am Fuße des Kaisergebirges. Dann verschwindet die Perle Tirols aus seinem Sichtfeld. Der Reisende findet einen Platz am Fuße des Kaisergebirges. Nach Weihnachten kommt er wieder. Die Stadt ist tief verschneit. Sie rodeln vom Barkhaus Aschenbrenner ins Tal hinab. Zusammen begrüßen sie das Jahr 2031, bestaunen die Lichtschau auf der Burg und sitzen wenige Tage später Hand in Hand beim Neujahrskonzert. Auch Wolfi freut sich darüber, dass der Reisende wieder da ist. Im Mai kommt er ein drittes Mal in die Festungsstadt am Grünen Inn. Diesmal bleibt er. Der Reisende findet einen Platz am Fuße des Kaisergebirges. Wenn das nicht diskutiert wird, geht es leider oft nicht um Sachfragen oder Gavisionen, sondern eher um taktisches Geblänkel. Diesen meist parteipolitischen Streitigkeiten wollen wir tunlichst aus dem Weg gehen und uns darauf konzentrieren, was Politik eigentlich ausmachen soll. Die Fraktion der Parteifreien gibt es in Kufstein schon seit Jahrzehnten. Seit 2010 haben wir die Gelegenheit, in unserer Heimatstadt mitzugestalten und wir würden das gerne auch in den nächsten Jahren noch tun. Dazu haben wir in den letzten über elf Jahren zahlreiche unserer Ideen umgesetzt und glauben doch, dass wir damit die Stadt Kufstein in vielen Bereichen positiv verändern konnten. Im Jahr 2019 haben wir damit begonnen, unsere Ideen für das nächste Jahrzehnt 2020 bis 2030 auszuformulieren und wurden in unseren Bemühungen letztlich durch die Corona-Krise etwas eingebremst. Als die Ideen dann formuliert waren, stellte sich die Frage, wie man diese Zukunftsthemen am besten kommunizieren und in weiterer Folge auch diskutieren kann. Klaus Reitberger hat dann die Idee gehabt, das Ganze in eine Geschichte zu verpacken und Maria Elisabeth Reitberger hat dankenswerterweise die Illustration übernommen. Das Ergebnis haben sie gerade durchgelesen und hoffentlich dabei einige Anregungen mitgenommen. Wie wird das Leben in unserer Stadt im Jahr 2030 sein? Genau kann das natürlich niemand beantworten, Wir glauben aber daran, dass es ein Jahrzehnt werden wird, in dem sich sehr vieles verändert. Alleine die Herausforderung des Klimawandels kann nur dadurch bewältigt werden, dass es massive Änderungen gibt, die auch jeden Einzelnen betreffen werden. Wir werfen einen positiven und optimistischen Blick in die Zukunft und gehen davon aus, dass wir als Gemeinschaft in der Lage sind, unser Zusammenleben noch besser und angenehmer zu gestalten. Unser Ziel war es immer, dass Kufstein eine Stadt mit hoher Lebensqualität sein soll, wozu neben einem guten Wohnumfeld auch eine lebendige Wirtschaft gehört, weil Wohnen und Arbeiten die Voraussetzung sind, um viele andere Angebote in Anspruch nehmen zu können. Die Bildung unserer Kinder von der Kinderkrippe bis zur Fachhochschule, gerne auch mit internationalem Bezug in die ISK, ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualitäten der Stadt, aber auch des künftigen Fortkommens der nächsten Generationen. Wer sein Leben in Kufstein verbringt, möchte das Stadtleben auch im Alter nicht missen und soll auch in späteren Lebensjahren ein lebenswertes Umfeld haben, sei es bei sich zu Hause, in modernen Wohnformen für ältere Personen oder im alten Wohnheim. Sowohl für die Jugend als auch für alle anderen Altersstufen benötigen wir ein reges Kulturleben. Hier hat sich in den letzten Jahren in Kufstein sehr viel getan. Das Kulturangebot wurde extrem ausgeweitet und wir glauben, dass sich Kufstein auch in Zukunft als Kulturstadt positionieren soll, wofür wir ja unter anderem mit dem Kulturquartier auch beste Voraussetzungen geschaffen haben. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass gut gemeinte Maßnahmen oft zunächst sehr negative Kritik hervorrufen, letztlich aber dann doch sehr gut angenommen werden, wenn sie fertiggestellt sind. Ich denke hier an die Fußgängerzone am Utrecht-Stadtplatz, die äußerst umstritten war und wo wir sehr darum kämpfen mussten, ebenso wie später um den Stadtpark, der jetzt von der Bevölkerung hervorragend angenommen wird. So wird es auch in Zukunft immer wieder Mut brauchen, Projekte voranzutreiben, selbst wenn am Anfang Gegenwind herrscht. Auch die Veränderungen durch den Klimawandel werden ja nicht spurlos an uns vorbeigehen, sondern unser tägliches Leben in vielen Bereichen verändern. Wir sind der Meinung, dass man das sehr positiv gestalten kann und dass letztlich die gesamte Bevölkerung davon profitieren wird, wenn wir das Mikroklima in unserer Stadt verbessern und zusätzliche Möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer schaffen, den öffentlichen Personennahverkehr modernisieren und unsere Naherholungsgebiete noch attraktiver machen. Könnten Sie sich vorstellen, dass wir den Nordrhein-Stadtplatz noch wesentlich verschönern und vielleicht zunächst zu einer Begegnungszone und langfristig zu einer Fußgängerzone machen, in Kufstein ein Tierheim eröffnen, am Kasernenareal eine neue Schule errichten oder unser Zusammenleben verbessern, wenn wir einen Jugendschreibworkshop installieren, ein Theaterfestival im September einführen, einen Sonntagsmarkt für Landwirte in der Kingstraße, einen Seniorennachmittag und einen Familienwandertag mit Picknick. Nicht immer muss etwas gebaut werden, aber neue Fahrradwege, mehr Fassadenbegrünung, eine neue Umfahrung für Zell oder einen Seniorinnenpark in Sparchen mit Trainingsgeräten könnten doch Ideen sein. In diesem Buch finden Sie noch viele andere Ideen und auch auf unserer Homepage werden wir laufend neue Ideen vorstellen, die wir uns in Kufstein vorstellen könnten. Was dann alles möglich sein wird, hängt ja nicht nur von uns ab, sondern einerseits von der Bevölkerung und andererseits von einer notwendigen Mehrheit im Gemeinderat. Trotzdem sollten wir vieles diskutieren und ganz einfach die besten Ideen heranziehen, weil es in einer Stadt keinen Stillstand geben wird. Wir werden auch mit der Entwicklung unserer Stadt nie fertig werden, sondern es handelt sich hier um einen laufenden Prozess, der auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung eingeht und es werden auch in den nächsten Jahren noch viele Ideen neu geboren werden, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Die Neueinführung eines Lesezirkels für Literaturbegeisterte in unserer Stadt erscheint mir aber schon sehr verlockend, ebenso wie die Ausweitung der öffentlichen Busse mit Wasserstoffantrieb und die Verlängerung von deren Fahrzeiten bis in den späten Abend. Ein neuer Aufzug auf die Josefsburg, Martinien und Frühveranstaltungen in der Kultur und die Schaffung von mehr Generationen Häusern in unserer Stadt. Wir haben die Ideen dazu und auch den Mut, sie umzusetzen. Wir würden uns besonders darüber freuen, wenn Leserinnen und Leser dieses Buches sich mit uns in Verbindung setzen, zusätzliche Ideen entwickeln, vorhandene Ideen kritisieren oder gar ausbauen wollen und damit einen lebendigen Dialog zwischen uns und den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt herbeiführen. Wir wissen ganz genau, dass man nicht alles umsetzen kann, sehr wohl aber muss man es versuchen, wenn man eine Idee gut findet und von ihrem Potenzial überzeugt ist. Wir haben auch im letzten Jahrzehnt viele Ideen in Gremien und im Gemeinderat diskutiert und immer wieder Mitstreite gefunden, um Kufstein noch moderner und noch lebenswerter zu machen. Wir hoffen darauf auch in den nächsten Jahren, weil das politische Klima zu Wahlkampfzeiten nicht richtig wiedergibt, dass eigentlich sonst sehr konstruktiv zusammengearbeitet werden kann. Treten Sie mit uns in Kontakt, präsentieren Sie uns Ihre Vorstellungen von Kufstein im Jahr 2030, machen Sie uns auf Irrtümer aufmerksam und denken Sie ganz groß und lassen uns an Ihren Visionen teilhaben. Ihr Mag. Martin Krummschnabel, Bürgermeister der Stadt Kufstein Um Kontaktaufnahme bitten wir unter info-at-die-parteifreien.at oder postalisch an Mag. Martin Krummschnabel, Rechtsanwalt, Josef-Wecker-Straße 5, 6330 Kufstein Danke für Ihre Aufmerksamkeit. isaset vous Willstuerung? willst Member nat S